Harry sah auf die Uhr und stellte fest, dass es sich verspäten würde und mit einem letzten Blick auf Draco drehte er sich um und ging. Er nahm die Karte der Rumtreiber aus seinem Schrankkoffer und versteckte sich unter seinem Tarnumhang, während er lief. Er apparierte von einem Weg zum nächsten und stolperte, als er landete. »Du bist spät dran«, schnarrte Snape. Harry sah ihn verärgert an. »Ich weiß, Entschuldigung, ich war beschäftigt.« Snape sah sich genauer an. Harry sah an sich selbst herunter und bemerkte, dass er mit Dracos Blut verschmiert war. »Bist du verletzt?« fragte Snape scharf. »Äh, nein, aber viele hatten kleine Verletzungen, glücklicherweise nichts allzu Ernstes.« »Du hast viel Blut an dir.« »Schneidezauber«, erklärte Harry und ging auf keine Details ein. »Lassen wir's dabei.« »Ich nehme an, dass sie in den Honigtopf einbrechen können.« »Muss das sein?« »Ja, ich musste es noch nie, sonst bin ich immer durchgekommen, wenn das Geschäft geöffnet hatte.« »Umhang«, sagte Snape kurz angebunden, bevor er einen Desillusionierungszauber auf sich selbst legte. Harry warf sich seinen Umhang um und ging zum Haupteingang vom Honigtopf. Zu dieser späten Stunde erschien die Straße vollkommen verwaist, doch sie konnten sich dessen nicht sicher sein. Er hörte den leise gemurmelten Spruch und schlüpfte schnell hinein, sobald die Türe sich geöffnet hatte. Sein Weg führte ihn in den Keller und er hörte Schritte, die ihm folgten. Sobald er aus dem Bereich der Schaufenster war, zog er sich seinen Umhang aus und machte Licht. Damit fand er schnell die Falltür im Keller. Er war dankbar, dass Snape ihn kommentarlos in den Tunnel, die sie ins Innere von Hogwarts bringen würde, folgte. Nach mehreren schweigsamen Minuten entschloss sich Harry, Snape nach dem Spruch für Heilzauber, die dieser schon einmal bei Draco angewandt hatte, zu fragen. »Können Sie mir den Spruch für Heilzauber beibringen? Sie wissen schon, den, mit dem Sie Malfoy geheilt haben, als ich ihn, äh, verletzt habe.« Snape schnaubte herablassend. »So, wie du immer wieder Schaden anrichtest, Potter, hast du keine Ahnung von Schadensbeseitigung.« »Ich wusste nicht, was der Spruch bewirken würde. Ich hatte nicht vor, ihn umzubringen.« Harry hielt seine Augen nach vorn gerichtet und folgte den Tunnel in trüben Licht seines Stabes, doch er spürte die durchbohrenden Blicke von Snape auf sich gerichtet. »Wir es das erste Mal, dass du diesen Spruch angewandt hast?« »Ja, und das einzige Mal. Ich hatte es in ihrem Buch gelesen und es stand gegen Feinde dabei. Das war alles, was ich darüber gewusst hatte. Ich befand mich urplötzlich in einem Duell mit einem, der den Kruzio auf mich anwenden wollte, also habe ich ihn ausprobiert.« Snape war länger als eine Minute still und Harry fragte sich, was er wohl denken mochte. »Dieser Zauber ist schwarze Magie, Potter. Ich finde es beunruhigend, dass du diesen Zauber erfolgreich anbringen konntest, insbesondere beim ersten Versuch.« Harrys Gang schwankte, aber er ging weiter. Was zum Teufel bedeutete, dass er es beim ersten Versuch erfolgreich anwenden konnte. Snape sagte, dass es schwarze Magie sei, aber Harry war sicherlich nicht in den dunklen Künsten bewandert. Ihm war die Tatsache, dass er einen Spruch, von dem er nicht mehr wusste als ein Wort, erfolgreich angewandt hatte, nicht aufgefallen. Harry war es früher nicht aufgefallen und er hatte wirklich keine Lust, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. »Sir, ich weiß nicht, was das soll.« Und um ehrlich zu sein, just in dieser Sekunde interessiert es mich auch nicht. Gerade jetzt will ich nur Heilzauber lernen. Für heute Nacht wäre es sehr nützlich, wenn ich Heilzauber könnte. Snape war wieder still und Harry dachte, dass er das Thema über die dunkle Magie vertiefen wollte. »Wir werden später darüber reden«, sagte Snape schließlich. Harry nickte zustimmend und war dankbar für den Aufschub. Als Snape den Spruch, den er an Draco im Klo der Maune Myrte angewandt hatte, zu erklären anfing, war er in seinen Lehrermodus geschlüpft. Harry hörte ihm aufmerksam zu, um es richtig zu verstehen. Snape lehrte ihm auch einige weitere Heilzauber, als der Tunnel zu ansteigen begann. Harry hielt inne und schickte eine gedankliche Entschuldigung an die Rumtreiber, als er seine Karte herausholte. Snape hielt seinen Zauberstab über die Karte, sodass beide etwas erkennen konnten, während Harry mit seinem eigenen Stab das Pergament berührte. Mit geschlossenen Augen murmelte er, »Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin.« Snape funkelte ihn an, als Harry seine Augen öffnete. Harry senkte seinen Blick auf die Karte. Er fühlte, dass er dem Mann damit einen Triumph geschenkt hatte, und das behagte ihm gar nicht. Sie beide sahen zu, wie sich das Schloss auf dem Pergament ausbreitete. Etwas näher betrachtet sah Harry, dass Filch und Mrs. Norris in ihren Räumlichkeiten sein mussten. Alle anderen steckten anscheinend immer noch im Krankenflügel. »Der Korridor ist leer. Alle Korridore sind im Moment leer.« bemerkte Harry sanft. »Sehr clever«, schnarrte Snape. Harry funkelte ihn an, blieb aber still. Sie hatten im Moment keine Zeit fürs Debattieren. Snape erkannte das auch. »Zuerst das Buch«, sagte er bestimmt. Harry atmete tief ein und zog sich seinen Umhang über, während Snape sich selbst wieder desillusionierte. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Korridor leer war, stieg Harry aus dem Tunnel und war in Hogwarts. Er fühlte Snapes Griff an seiner Schulter, so dass sie sich nicht verlieren würden. Merkwürdigerweise fand das Harry eher angenehm als irritierend, während sie durch die ruhigen Korridore schlichen. Sie kamen beim Raum der Wünsche an und er prüfte noch einmal die Karte, um sicherzugehen, dass alles frei war. »Warten Sie hier«, zischte er leise. Er zog den Umhang aus und gab die Karte Snape. Snape sah skeptisch zu, als Harry zum Gehen anfing. »Ich muss mein Buch zurückholen. Ich muss mein Buch zurückholen. Ich muss mein Buch zurückholen.« Beruhigt, dass die Tür erschien, öffnete Harry sie vorsichtig und war erleichtert, als er den riesigen Raum sah, in dem alle Objekte seit Jahren versteckt wurden. Er wusste, dass Snape ihnen in den Raum gefolgt war, nachdem sich die Tür von innen schloss. Er hörte Snape den Desillusionierungszauber aufheben, während er langsam durch den Gang, geformt durch die verschiedenen Objekte, in dem großen Raum versteckbaren Schritt. »Was zum Teufel?« rief Harry, als er das Verschwindekabinett zu sehen bekam. »Was ist dein Problem?« fragte Snape schneidend und ging zu Harry. »Niemand hat das verdammte Verschwindekabinett weggebracht!« rief Harry außer sich. »Gott, ich könnte Malfoy dafür umbringen, dass er dieses Scheißding repariert hat!« Snape kam näher und inspinzierte das Kabinett. »Das hat er verwendet?« »Ja, ich bin mir sicher, dass er ihnen alles über dieses verdammte Ding erzählt hat.« »Ich hatte nichts davon gewusst, nicht bis nach den Geschehnissen.« »Warum hat niemand dieses verdammte Ding zerstört?« »Die Todesser können immer noch dadurch spazieren.« »Sei leise, Potter«, zischte Snape. »Ach, wir können hier nicht entdeckt werden«, sagte Harry unbeeindruckt. »Dieser Raum erscheint auch nicht auf der Karte. Die einzige Möglichkeit, hier gefunden zu werden, ist durch dieses Kabinett«, sagte er und trat mit dem Fuß dagegen. »Beherrsche dich, Potter«, sagte Snape gefährlich. »Verdammt, das alles ist lächerlich. Ich meine, wie dumm kann man sein, dieses Ding einfach hier stehen zu lassen?« Er fing an, den Gang auf- und abzutigern. »Warum hast du nichts dagegen gemacht?«, fragte Snape mit verengten Augen. »Hätte ich tun sollen«, sagte Snape zornig, wütend auf sich selbst wie auf alle anderen. »Offensichtlich habe ich einen schweren Fehler gemacht.« Harry trat nach einem Schrankkoffer auf der gegenüberliegenden Seite. »Es ist mein Fehler, dass ich auf verdammte Erwachsene gehört habe.« »Oh, wir haben alles unter Kontrolle, Harry«, äffte er nach. »Überlass das alles den Erwachsenen, Potter. Du bist zu jung, dich um solche Dinge zu kümmern, Potter.« Er tigerte immer noch auf und ab, während er alle Erwachsenen, die ihn seit Jahren zu besänftigen, versuchten, nachäffte. »Wir können dir nichts erzählen, weil du vielleicht verletzt werden könntest, Harry. Kümmere dich nur um deine Ausbildung, Harry.« Er machte Hermines höhere Stimme nach. »Harry, du weißt, dass die Erwachsenen dich nur schützen wollen. Du weißt nicht, wovon du redest, Harry.« »Oh nein, du bist einfach lächerlich, Harry. Malfour hat nichts vor. Du bist misstrauisch, Harry.« Harry schrie. »Ich habe verdammt noch mal versucht, Dumbledore zu sehen, dass Malfour etwas vorhatte. Hat er auf mich gehört?« »Hölle nein. Natürlich habe ich erst, als er am Sterben war, erfahren, dass er das meiste schon wusste. Aber wenn der alte Mann mich wenigstens ausreden hätte lassen, anstatt mich jedes Mal abzuwürgen, dann hätte er sehen können, was auch immer Malfour in diesem Raum trieb. Ich wusste, dass er hier drin etwas machte.« Harry schrie seine Frustration heraus. »Hört mir irgendjemand zu? Scheiße nein! Harry ist zu dumm, um Gefahren zu erkennen.« »Ich konnte Gefahren immer schon erahnen, seit ich ein Jahr alt war. Das hier ist eine praktische Gabe, wenn man überleben will. Verdammte Hölle! Wenn alle aufhören würden, mich beschützen zu wollen und mir erzählen wollen, was zur Hölle vor sich geht, dann könnte ich vielleicht etwas anderes versuchen, als nur zu überleben. Das hätte alles ein wenig leichter gemacht.« Harry hörte auf zu toben und stand jetzt schwer atmend vor dem Verschwindekabinett. »Warum habe ich verdammt noch mal auf die Erwachsenen gehört?«, murmelte er. »Bist du fertig?« Harry blickte zu Snape. »Wir müssen dieses Ding zerstören.« »Wahrscheinlich. Insbesondere, nachdem das andere auf mysteriöse Weise verschwunden ist.« Harry blinzelte ihn überrascht an. »Was? Das andere ist verschwunden?« Snape nickte kurz. »Der dunkle Lord ist ziemlich sauer, dass sein bequemer Zutritt nach Hogwarts verschwunden ist. Den Eigentümer von Borgans und Burks sind die Erinnerungen daran gelöscht worden, und niemand war in der Lage, den Standort des Verschwindekabinetts herauszufinden.« Harry sah nachdenklich das Kabinett an. Das Kabinett war eines jener Themen, die er und Draco vermieden haben, näher zu erörtern. Hatte Draco etwas mit dem Verschwinden des anderen Kabinetts zu tun? War er derjenige gewesen, der es an Ort und Stelle gesichert hatte? Harry erinnerte sich an den Tag in der Nocturngasse, als sie Draco gefolgt waren. Wenn Draco das andere Kabinett hätte, wäre es möglich, dass sie sie irgendwie einsetzen könnten? Wäre es wirklich klug, das Kabinett zu zerstören? »Wenn das Kabinett geschrumpft wäre, wäre es bei der Kleingröße vorübergehend unbrauchbar, oder?« Snape runzelte die Stirn. »Das stimmt. Aber warum willst du es behalten, anstatt es zu zerstören?« »Was wäre, wenn ich den anderen über den Weg liefe?«, fragte Harry und dachte schnell nach. »Vielleicht könnten sie irgendwie gegen Voldemort zum Einsatz kommen. Ich meine, die Todesser konnten auf diesem Weg erfolgreich nach Hogwarts herein. Wäre es nicht möglich, Mitglieder des Ordens auf den gleichen Weg zu Voldemort zu bringen?« So langsam wurde er mit dieser Idee warm. Snape runzelte seine Stirn noch mehr. »Vorausgesetzt, du findest das andere Kabinett,« sagte er langsam. Harry glaubte nicht, dass das wirklich ein Problem wäre, sagte es aber nicht. »Sollte das andere Kabinett auftauchen, hätte ich wenigstens schon dieses und kann es bis dahin unbrauchbar geschrumpft sicher aufbewahren. Wegen des anderen können sie sicherlich auch die Augen aufhalten. »Sehr gut,« sagte Snape und begann, das Kabinett zu schrumpfen. Harry hob die kleine Box auf, die jetzt in seine Handfläche passte. Es war kaum zu glauben, dass dieses winzige Ding weitreichende Möglichkeiten besaß. »Verwahre es sicher,« befahl Snape. Harry steckte es schnell ein und war überrascht, dass Snape das alles erlaubte. »Also, wo ist das Buch?« Harry schüttelte seinen Kopf und erinnerte sich, warum sie eigentlich gekommen waren, drehte sich und fing an, nach einem alten Schrank mit der Büste eines alten Zauberers zu suchen. Als er die Perücke und das Diadem sah, eilte er vorwärts und riss die Schranktüren auf. Er griff hinter den Käfig und zog triumphierend das Zaubertränkebuch heraus. Snape blickte angewidert. »Interessantes Versteck, Potter,« kommentierte er schnarrend. Harry funkelte ihn an. »Ich war in Eile,« sagte er ärgerlich. Er reichte das Buch an Snape weiter, wie er es ruhig durchblätterte. Snape ließ das Buch zuschnappen. »Komm, wir haben noch viel vor.« Innerlich stöhnt folgte Harry Snape zum Ausgang. Wieder belegte sich der Tränkemeister mit dem Desillusionierungszauber, während Harry den Umhang anzog. Da Snape im vergangenen Schuljahr sein altes Büro im Kerker behalten hatte, wussten beide, wohin sie gehen mussten. Trotzdem ließ Snape seine Hand auf Harry's Schulter ruhen, damit sie in den Korridoren nicht verloren gingen. Störungsfrei kamen sie in die Kerker, und Snape hob geschwind die Schutzschilder auf und ermöglichte es ihnen, sein Büro zu betreten. Snape sah sich zufrieden um, und er hatte Recht behalten, dass seine Räume von keinem angetastet worden waren. Harry stand ehrfürchtig in der Mitte des Zimmers. Er war sich unsicher, was er machen sollte, und er fühlte sich auch nicht wohl in diesem Zimmer. Alles, was er wirklich machen wollte, war ins Bett zu kriechen. Und dieser Gedanke erinnerte ihn daran, dass er einen verletzten Draco in seinem Bett hatte. Er war überrascht, als Snape zuerst zwei Fiolen von einem Regal schnappte, und eine Harry übergab. »Stärkungstrank, der macht dich wieder munter,« erklärte Snape und klang genauso erschöpft, wie Harry sich fühlte. Sie kippten die Tränke hinunter, und Harry fühlte sich wieder funktionstüchtig. Er sah zu, wie Snape ein paar Kartons heraufbeschwor und einen von ihnen ihm gab. »Mach dich nützlich, Potter. Pack dieses Regal ein,« befahl er und zeigte auf das nächstgelegene Bücherregal. Seufzend griff sich Harry den Karton und fing an, Bücher zu verpacken. Er war sich nicht sicher, was er sich dabei gedacht hatte, was sie hier tun würden. Aber irgendwie hatte er angenommen, dass sie nur ein paar Bücher mitnehmen würden. Schnell hatten sie einige Kartons voller Bücher und Zutaten gepackt. Trotzdem schätzte sich Harry glücklich. Denn während Snape spezielle Regale zauberte, sollte er einen vollen Schrank mit Zaubertränken einpacken. Da Snape auf der anderen Seite des Zimmers arbeitete, war es einfach, ein paar benötigte Tränke einzustecken. Er hatte eher damit gerechnet, welche aus dem Krankenflügel klauen zu müssen. Flink ließ Snape alle Kartons mit Büchern und die meisten anderen Kisten schrumpfen. Die fertigen Tränke und Zutaten schrumpfte er nicht. Harry stöhnte, denn er sah sich schon die Kisten den ganzen Weg bis nach Hogsmeade tragen, weil das Schrumpfen die Wirkung zu sehr beeinträchtigen würde. Snape machte sich über ihn lustig und zauberte einige Rollwagen, ähnlich denen wie am Bahnhof. Harry blickte finster, und fing an, die übrig gebliebenen Kisten aufzustapeln. Sie hatten alles, wie Snape es wollte, aus dem Büro gepackt, als Snape zu einem Türrahmen ging, den Harry noch nicht bemerkt hatte. Harry erkannte, dass es zu Snapes Privaträumen führte. Er stöhnte, als Snape noch mehr Kisten heraufbeschwor und wortlos auf das nächste Bücherregal zeigte. Harry musste sich überwinden, fing dann aber an, die vielen, vielen Bücher einzupacken. Wie kann ein einzelner Mann nur so viele Bücher besitzen, grummelte Harry zu sich selbst. Snape verschwand durch einen weiteren Türstock und Harry nahm an, dass es ins Schlafzimmer führte. Es dauerte eine weitere Stunde, alles einzupacken, so wie Snape es verlangte. Beide hatten ihre Taschen voller geschrumpfter Kisten und zwei Rollwagen voll beladen mit Kästen. Harry trug so viele Bücher und auch wenn sie in ihrer Größe geschrumpft waren, so fühlte er sich vom Gewicht heruntergezogen. Snape sprach Levitationszauber über die Rollwagen. Damit konnten sie durch die Korridore gehen, ohne das Rattern auf den Steinböden. Während Snape einen letzten Kontrollgang durch seine Räume machte, studierte Harry seine Karte. McGonagall war im Direktorenzimmer und Harry wurde wieder daran erinnert, dass es jetzt ihr Büro war. Der Krankenflügel schien weniger Leute zu beherbergen und es herrschte weniger Betriebsamkeit als am Abend zuvor. Harry nahm an, dass die meisten schon schliefen. Auch wenn Filch und Mrs. Norris auf Wanderschaft waren, konnte Harry sich nicht vorstellen, was der Mann um diese Uhrzeit erwartete zu finden. Es war inzwischen nach 5 Uhr. Vielleicht ließ der Mann seine Katze in den frühen Morgenstunden raus oder so etwas Ähnliches. Harry informierte Snape über Filch und sie gingen leise zur Statue der buckligen Hexe in den dritten Stock zurück. Der Rest des Weges verlief dankenswerterweise ruhig und ereignuslos, doch Harry ging nur noch schleppend, lange bevor sie den Grimmelplatz erreichten. Er war überrascht, aber dankbar, da Snape seine Geschwindigkeit wortlos drosselte. Sie luden alles in der Küche ab und Snape befahl Harry zu schlafen und ihn dann am nächsten Tag zu treffen. Erst danach war es Harry erlaubt, zu den Dursleys zurückzukehren.